Hallo zusammen, mich ist wieder der Deutsche Land und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar, heute will ich euch so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Event-Toy, das wir uns während des Nobelgarten-Events erspielen können. Und dieses geht aktuell im Jahr 2024 vom 1. bis einschließlich 8. April. Und während der Zeit könnt ihr euch hier in den Anfangsstartgebieten quasi ein kleines Toy erspielen über eine Questreihe. Und ich bin hier in Wald von Elvin in Goldhain und dort haben wir eine neue Questreihe. Die startet einmal hier von Zina Brooks, schimpft sich die. Und ja, das sind so 4-5 Quests habe ich da jetzt gemacht. Da muss man quasi hier so mit so ein paar Enten interagieren, mal nach SW rein, so einem kleinen Schnitzeljagd nachjagen. Und am Ende, wenn man das alles gemacht hat, kann man das Ganze abgeben und hat die Auswahl zwischen verschiedenen Entenvarianten und einem Spielzeug. Das Spielzeug macht folgendes, beschwört ein Ei, mit dem ihr euch in eine winzige Ente verwandeln könnt. Und das heißt Entenverkleidungsspielzeug. Also macht genau das, was man denkt, was es macht. Und wir haben jetzt hier sechs verschiedene Varianten. Und eine von denen können wir uns aussuchen. Und in die verwandeln wir uns anscheinend auch. Jetzt ist es so, dass wir die Quest, so wie es aktuell aussieht, das ist jetzt der erste Tag vom Event, nur einmal abschließen können. Und um die anderen Varianten zu kriegen, müssen wir halt die Jahre abwarten. Ich habe jetzt auch ein bisschen nachgelesen. Aktuell sieht es so aus, selbst wenn ihr euch das mit einem Twink quasi eine andere Variante holt, könnt ihr die auf Main nicht quasi auch einsetzen. Also ihr seid dann immer gelockt auf die Variante, die ihr euch ausgesucht habt. So wie es aktuell aussieht. Vielleicht Fix Blizzard das noch. Wäre natürlich cool, dass man sich vielleicht mit einem Schale holen kann. Aber aktuell sieht es leider schlecht aus. Gut, wir holen uns jetzt mal eine. Ich nehme jetzt mal die rosa Ente. Und dann gibt es hier auch noch mal eine Folge-Quest. Die nehmen wir an. Ist jetzt aber für das hier relativ wurscht. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Also wir haben hier diese Verkleidung. Und dann haben wir hier einmal das Toy. Das Toy lernen wir jetzt mal. Und ja, also mittlerweile bin ich jetzt mit den ganzen Toys durch. Da haben wir es. Enten Verkleidung. Und wenn ich das jetzt benutze. Jetzt schauen wir mal, ob es schon was macht, ohne dass ich das hier einsetze. Kann ich quasi hier so ein Ei hinlegen. Und das können wir anklicken. Wählt eure Verkleidung. Okay, ich habe jetzt hier keinen Dialog. Kann keine Verkleidung wählen. Jetzt setze ich das mal ein. Okay, das scheint gerade ein bisschen zu bangen. Also müssen wir jetzt hier einmal re-loggen. Aber so wie es funktionieren soll, können wir die Verkleidung quasi einsetzen. Und danach müssten wir eine Dialogoption haben und können quasi das auswählen. Und wie gesagt, das was ich bis jetzt nachgelesen habe, kann man sich halt leider aktuell mit einem Schal nur eine Option holen das Jahr. Und müsste dann dementsprechend ein Jahr warten, um die anderen Optionen noch freizuschalten. So, jetzt haben wir hier die rosa Ente. Die wählen wir aus. Und ihr seht, jetzt sind wir so eine kleine putzige rosa Ente. Vielleicht können wir noch ein bisschen näher rangehen. Da sind wir. Oh ja, sieht schon süß aus, das Entchen. Ich glaube, so eine gibt es auch als Pet. Die kann man sich nämlich theoretisch da hinten auch noch holen. Dann können wir jetzt auch noch mal kurz gucken. Genau, diese rosa Ente gibt es quasi auch als Pet. Und kostet, glaube ich, 250 von diesen Marken. Übrigens, es gibt auch noch einen Mount und da werde ich auch noch mal ein Video zu machen. Das ist so ein Teppich, den gibt es dann von Rare. Das spielt sich alles hier hinten bei dem großen Enten-Event ab. Aber da gucken wir dann, wenn es soweit ist. Genau, das war es soweit. Ich würde euch vielleicht empfehlen, trotzdem während des Events mit Twings die anderen Varianten zu holen. Eventuell fix Blizzard das Jahr, vielleicht auch dann zu spät nach dem Event. Und dann habt ihr sie zumindest und müsst kein Jahr warten. Und ja, dann werden wir mal sehen, ob da Blizzard noch gewillt ist, was zu machen, bevor das Event endet. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Toy Guard. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.